Tag, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ullacuse Titan 3 CFR Diesmal mit Flipfly Ja, ähm, ich hab das selber eben noch nicht ausprobiert Aber kann schon mal so viel sagen Ähm, uch, sieht man das nicht von an? Doch jetzt, ne? Ne Okay, dann bleiben wir so Ähm, ich hab, bin selber doch noch nicht mitgefahren Ich hab nur geguckt, ob halt jetzt Ob es geht oder nicht Deswegen Bin ich auch hier immer so schnell So Verkleidung, muss man zweimal drehen Und, so Und, es hat keine Lichter Also daher Ähm, viele gehen ja auch leider nicht nachts Ähm, wenn man so ein Szenario macht, halt mit Geld und so Muss man ein bisschen aufpassen, was man da nimmt Ja, dann können wir Die Wege schon mal bauen Die Wege schon mal bauen Warte Ist richtig? Hab ich die Wege schon gebaut? Hä? Ja, hier, oder nicht? Ja Mache ich mal so, sieht irgendwie Schöner aus Obwohl Ist eigentlich irrelevant Hm? Aha Ja Ja, das ist gut gelöst Machen wir so? Nee Komm Machen wir So Das Leute da vorn Okay Erstmal natürlich Probe Und wir Sind die Ah, nein, nein Die ersten, die da mitfahren Uh Ey, cool Das ist ein LKW-Anhänger Ob es das da unter auch eines ist? Ja Das ist cool Los Ich will abheben Nichts hält mich auf dem Boden Wie ein Afro-Naut Los Hm Ah Yeah Macht das Spaß Dreht sich das auch? Also Natürlich das dreht sich hier Aber ich meint Die Äh Waggons So Also Oh Da hab ich einen Fehler gemacht Das muss Eins nach hinten Also ihr seht Leute Das muss eins nach hinten Damit ihr Nächstes Mal nicht den Fehler macht Ah ja Ah ja Ist bestimmt geil In echt Gucken wir mal Wie es außen aussieht Ja Bisschen Ist wär echt cool Hui Wenn die Dinger mitfahren würden Die Äh Waggons Sich mitdrehen Ja Kann man auch nachts machen Aber ich glaub Das gehört an der Seite Also Leute Nächstes Mal an der Seite Bitte machen Hier Können auch nachts mitmachen So Jetzt können wir einmal Mit denen hören Na Gefällt's dir? Gefällt's dir? Okay Komm Bisschen vorspülen So Jetzt geht die Action Dexchen ab Na Wollt ihr nicht schreien? Hallo Nö Ist euch zu lame Na Wie Ist euch zu lame Glaube ich nicht Wenn ihr danach hinkotzt Schwöre Hast du den Ton zu leise? Nö Hm Haben wohl ihre Sprache verschlungen Wir sehen nicht Was Oh Ja das ist cool Also ich find das cool Das kann man So bauen Okay Hm Oh Scheint sehr beliebt zu sein Okay Keiner kotzt Sehr schön Äh Übergibt sich Schon 160 Unser Maximum Bis jetzt Oh ja Dann würde ich sagen Ich freu mich über Ihn Dislike Und dann Äh Und dann Ciao Ja 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 Ja